Für alle, die anzweifeln, dass ich hier zum Arbeiten bin, das ist wirklich ein Werk in Progress. jetzt mal bitte wie geil ist das? da unten ist mein zelt dort essen wir zu mittag und dort sind die elefanten ich bin gerade in meinem zelt und zelt ist eh der falsche ausdruck für den luxus den wir hier haben unser taocamp haben uns hier einen schönen platz hergerichtet zum mittagessen und ja ziemlich geil weil direkt da hinten sind die flusspferde könnte also durchaus spannend werden wenn uns die besuchen geht's 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 Das ist ein Roststeig. Und du wirst noch schreien, Herr Präsident. Was lustig ist, dass du mich liebst. Wenn die Löwen kommen, werden wir alle zusammen getrunken. Das ist die Geschichte. Wie geht es? Das sind die Löwen. Das sind die Löwen. Das sind die? Ja, das ist gut. Draufschlagen, gib ihm. Löwen aufwachen. Schnell die Löwen. Du hast die Löwen getrunken? Ja. Nicht. Ist das gut? Ist das gut? Das macht Funken.